Musik Freunde, herzlich willkommen zur 13. Folge. Jetzt hier mittlerweile schon auf Hof Frühling, auf der wunderschönen Frühling. Hey, da bist du denn? Busch, da war es wieder weg. Wie ich bereits im vorhergehenden Video angekündigt habe, wir waren da ja unterwegs mit dem 1255, manuell geschalten, ihr kennt das Spiel. Und ich habe mich ein wenig über Kupplung, Getriebe und sowas ausgelassen und habe dabei das Skript von Modell Eicher erwähnt, das Realismus Add-on Gearbox. Und genau das habe ich jetzt hier nämlich mit aktiv, dafür den VCA aber nicht mehr, aber wiederum den Enhanced Vehicle. Und ich habe die Fläche, wie angekündigt, da hinter uns schon abgemäht. Die werden wir jetzt auch schwaden. Und da testen wir das Ganze auch mal so ein bisschen aus. Also mal so ein bisschen aus der Rolle raus, um das Ganze mal zu testen. Ich werde jetzt hier aber erstmal den 500er sauber machen, denn so, wie der jetzt hier aussieht, kann ich das nicht stehen lassen. Hier haben wir im Übrigen auch Real Dirt, ihr seht das schon, es ist alles grün vom Schnitt, inklusive des Gewichtes. Das funktioniert im Cineplayer tadellos. Im Multiplayer funktioniert das bei den Reifen nicht so. Irgendwie, keine Ahnung, war aber auch schon immer so. War auch im 19er schon so. So, das Mähwerk machen wir auch ein bisschen sauber. Ähm, wollen wir mal ein bisschen grob absprühen, ne? Heute brauche ich es nicht mehr. Mal schauen, wir sind ja jetzt im September. Ob wir dann so weit gehen, um uns noch eine Fläche zu pachten. Ich weiß es nicht. Ich will erstmal schauen, wie weit wir hier mit unseren eigenen Ressourcen kommen. So, 12.55er nehmen wir heute wieder dazu. Die Thematik, da kommen wir gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf. Erstmal will ich mal hier in den Schuppen schauen, was wir hier in Schwader hatten. Und der ist schon, der Samasch, der ist schon ganz schön groß. Der ist ganz schön groß, aber es wird funktionieren. Ich meine, warum nicht? Ich gucke nochmal schnell mit euch hinter. Die Fläche hier hinten, das ist nämlich alles abgemäht. Alles tippitoppi. Das schwarten wir uns zusammen. Und gucken mal, wie viel dabei rauskommt. Gepflegt waren die Flächen jetzt nicht großartig. Und, ähm, der Punkt, den wir hier jetzt natürlich auch haben. Wir haben ja jetzt Precision Farming aktiv. Ich sehe hier eine Umweltbewertung, aber, ähm, ja, wir haben keine Bodenbrummen und nix. Das bedeutet, ich muss mich auch noch, ähm, ja, jetzt demnächst kümmern, die ganzen Bodenproben irgendwo zu nehmen, um Analysewerte unserer Böden zu haben. Also Daten. Einfach, um Daten zu haben, um zu wissen, beziehungsweise um eine bedarfsgerechte Ermittlung, äh, eine bedarfsgerechte Düngung zu machen. Erstmal die Ermittlung natürlich, um dann die Düngung zu machen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Genauso gilt es natürlich, ähm, für Kalk, Aussaaten und so weiter und so fort. Also, es steht an, das müssen wir für die Flächen machen. Das ist wichtig. So. Willkommen zurück im 1255. Als allererstes mal die Tür zu und dann schauen wir mal. Also, geschalten, alles manuell wieder. Ein Shifter für die Gänge, ein Shifter für die Gruppen. Und dann, wir gehen hier mal in die 4 und ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich bleibe auf der Kupplung und gehe jetzt langsam von der Kupplung runter. Und er rollt auch langsam los. Und genau so und nicht anders sollte das sein, Freunde. Und das, unter anderem, macht eben das Realism Add-on Gearbox von Modell Eicher. Wir kommen jetzt hier gleich dann nochmal zu diesen ganzen Handgas-Geschichten. Da könnt ihr natürlich auch schön den Vergleich zur Folge 11 ziehen, wo wir das ja auch akustisch mit drin hatten. Das werden wir jetzt hier ja genauso haben. Auf jeden Fall ist dieses Anfahrverhalten alleine schon ein Traum. Ich sage es euch, wie es ist. Es ist wunderbar. Und wenn wir das Ganze dann jetzt noch mit VCA gekoppelt bekommen würden. Ich weiß ja nicht, wie einfach oder schwer das ist. Einfach sicherlich nicht. Ähm, das wäre natürlich dann noch das Sahnehäubchen. So. Also lässt sich das alles schon so viel besser fahren. Glaubt es mir. Probiert es aus. Ich habe es in der Mod-Liste verlinkt. Mod-Liste findet ihr in der Videobeschreibung. Wir gehen erstmal hier auf die niedrigere Übersetzung. Und dann klappen wir hier erstmal aus. Gang raus. In aller Ruhe. So. Passt auf. Ich setze mal noch zurück. Ein Stückchen. Das ist eigentlich schon gut. Also folgendermaßen. Ich schalte jetzt ein. Und wie ihr hört. Und wie ihr seht. Die Drehzahl bleibt gleich. Niedrige Drehzahl. Oh, hört ihr das? Die Glocken läuten im Hintergrund. Zwölf Uhr. Mittag. Gut. Jetzt arbeiten wir hier ein bisschen. Und ich kann jetzt die Drehzahl. Per Handgas. Also dafür nehme ich meinen Schubhebel. Vom Joystick. Immer weiter aufdrehen. Und Last Sound geht mit. Das heißt, ich gebe hier schon mal. Oh, so 1000. 1200 Umdrehungen. Denk das schon mal ab. Gebe noch Gas dazu. Und gehe jetzt aus dem Gas raus. Und regle alles jetzt hier nur übers Handgas. Gehen wir mal noch einen Gang höher. Handgas auf. Ihr hört ja auch. Er geht in die Last. Ich stehe jetzt nicht auf dem Gaspedal. Und das ist eben top. Ich gehe runter. Wir haben jetzt auch extra eine analoge Achse. Das heißt, mehr Gas, weniger Gas haben wir jetzt gar nicht mehr. Wie wir das im VCA haben. Sondern hier in diesem Skript haben wir eben eine analoge Achse. Also eine Achse wie ein Schubhebel. Die wir hier frei belegen können. Und je höher ich das mache, desto höher geht die Motordrehzahl. Die wiederum gekoppelt ist am Sound, an der Leistung und so weiter und so fort. Also hier passt alles. Ich nehme es jetzt mal komplett raus. Bleib mal auf dem Gas. Und gehe vom Gas runter. Die Drehzahl bleibt um. Und senkt sich halt langsam dann ab. Ohne das Skript senkt das sich rapide schnell ab. Jetzt langsam. So wie es eben in der Realität auch ist. Wenn ihr Auto fahrt und ihr geht aus dem Gas raus. Das sagt ja die Umdrehung auch nicht gleich auf 500 Umdrehungen wieder runter oder sowas. Weißt du was ich meine? Genauso. Und das ist fantastisch. Dankeschön für dieses Skript. Last Sound ist halt schön mit drin. Auch ohne auf dem Gaspedal zu stehen. Alles tippitoppi. Der Schwader ist allerdings schon eine Nummer für sich. Also ich weiß nicht. Aber nicht vielleicht einfach echt eine Nummer zu groß. Positiv ist schon mal, wir bleiben nicht hängen. Allerdings ist es jetzt auch nicht die Fläche, wo wir das Heu liegen haben. Vielleicht fahre ich da mit euch am Ende nochmal hin. Am Ende des Videos. Vielleicht fahre ich am Ende des Videos nochmal mit euch hin. Und wir schauen nochmal, wie wir da zur Rande kommen. Und wenn wir nicht gut zur Rande kommen, ja, dann müssen wir uns einen neuen Zetter holen. Aber hier erstmal kein Thema. Also schauen wir mal. Wie wir hier fahren. So richtig überlegt habe ich mir das gar nicht. Weil das ist im Prinzip... Naja, zum Wenden reicht es jetzt hier noch nicht. Ich muss hier noch einmal... Noch einmal rum. So in etwa. Müssen wir mal gucken, dass wir das dann vielleicht nochmal irgendwie zusammenschwaden. Ah, es ist wunderbar. Es ist wirklich... Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt. Aber... Wenn man damit fährt, ist es echt tipptopp. So hier das gleiche nochmal in grün. Schwad ist sehen im Übrigen echt ordentlich aus. Da bin ich mal sehr gespannt. Wallengrößen. Äh, ja, schauen wir uns dann an, wenn wir pressen. Und wieder dieser Hall, der vom Gebäude zurückkommt, ne? Aber so fetzt das. So macht das wirklich Spaß. Probiert es aus, Freunde. Bedenkt mit der VCA ist es noch nicht kompatibel. Ne? Wenn wir eine VCA drin haben, nehmen die VCA raus. Können wir das eigentlich drin lassen? Naja, okay. Die Mittelschwaden sind nicht ganz so brachial. Die machen wir eben aus. Dann fahren wir mal rüben auf die andere Seite. Also, Vorteil des Schwaders ist natürlich, äh, von der Breite her, wir sind schnell durch. Wir sind schnell durch. Das ist erstmal prinzipiell gar nicht so schlecht. Aber ich hab, weiß nicht, ich, 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 ich glaube mir ist eine Nummer zu, äh... Eine Nummer zu groß. Oder was sagt ihr? Oh ja, das fährt sich so viel besser mit einer vernünftigen Kupplung. Ein Traum. Den in der Mitte können wir da eigentlich liegen lassen. Der passt ganz gut. Nur nochmal hier rum. Ja. So, Gas kommt wieder raus. Wir schalten ab. Geil wäre jetzt natürlich, wenn wir die Zapfwelle anschalten würden. Und nicht genug Handgas geben und das Ganze uns hier absäuft. Das wäre noch das i-Tüpfelchen, sag ich mal. Aber okay. Wir fahren jetzt zu unserer Heufläche rüber. Guck mal hier. Nächste Gruppe. So schnell kann es gehen. Und dann gucken wir mal, wie wir da drüben... Ja, wir haben ja wenigstens eine Bahn außenrum, um zu schauen, wie wir klarkommen. Oh, ist das super. Hey, ihr glaubt gar nicht, wie erfrischend das ist. Wie angenehm zu fahren. Nur mit dem Enhanced wieder. Also ich habe mir jetzt noch ein anderes Joystick-Profil angelegt, weil ich ja einige Programmierungsgeschichten vom VC auf dem Joystick hatte. Ich habe mir jetzt ein Profil geklont und die Enhanced-Einstellung gemacht. Also wenn ich in Ahns zu Frühling spiele, nehme ich das Profil... ...und langsam kommen lassen. Ach, klasse. Wartet mal, ist Zwischengas möglich? Oh ja. Ah, ist das gut. Wartet mal. Vierter Gang. Oh, herrlich. Müsste man zwar gar nicht machen, weil ich glaube, wir haben ja schon ein synchronisiertes Getriebe, aber es ist halt geil. Es ist halt geil. Weißt du, was ich meine? Nochmal, weil es so schön ist. Oh. Was halt im VCA dann noch ganz geil ist, dass wir die Motorbremskraft reduzieren können. Was wir im Enhanced natürlich nicht mit haben. Das ist ein Feature. Das fehlt jetzt hier erstmal. Die Tür schon wieder. Also hier muss ich wirklich mal schauen, dass wir die reparieren. Aber ansonsten bin ich sehr happy. Sehr, sehr happy. Sehr, sehr happy. Komm, schwaden wir das jetzt auch noch schnell durch, oder? Weil es so schön ist. Okay, ich gebe schon mal ein bisschen Handgas. Okay. Und ich bin mal noch ein bisschen langsamer hier. Aber hier ist eben dieser, ähm... Ja, der Streifen, den wir noch zwischen Wiese und Zaun haben. Dieser, dieser kleine Pufferbereich, was ich im letzten Video angesprochen habe. Der ist halt wirklich sehr praktisch. Ja, es funktioniert. Nee, da brauchen wir uns... Ich glaube, da brauchen wir uns keinen anderen Zetter holen. Ich glaube, das läuft. Oder? Ja. Ja, stoßen wir nicht an. Hier haben wir Platz. Haben die sich durch den Zaun gedrückt da, die beiden? Habt ihr das gesehen? Und wieder Handgas hoch. Ach, super. Und das ist eine Beta, Freunde. Noch nicht fertig gemacht, also... Noch nicht fertig als Alpha Release, sag ich mal. Äh, als, als... Ja, wie sagt man? Wie, wie, wie nennt man eine fertige Version? Keine Ahnung. Gold Release? So, jetzt müssen wir mal schauen, wie machen wir das jetzt am besten? Na ja, gut, wartet mal. Vielleicht nehme ich es hier. Ja. Mal noch ein bisschen Platz und wenden lassen. Ist halt, also für den... Ja, gut. Das ist halt dann das Ding, ne? Ist für den Schwader halt hier schon alles ein bisschen zu eng. Ja, sieht aber soweit auch ganz gut aus. Also, mal schauen, wie viel Ballen wir da rausbekommen. Ich mein, wir müssen ja... Hm. Wir müssen ja jetzt schon ein Stück weit kommen, ne? Von der Zeit her, mit dem Material, was wir jetzt hier so haben. Perfekt. Also, ich bin zufrieden, sagen wir es so. Ob meine Arbeit perfekt ist, das merken wir, wenn wir mit der Rundballpresse unterwegs sind. Aber ich denke, ich bin zufrieden. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, es gilt immer noch, Experten auf ihrem Gebiet schickt meine Sprachnachrichten. Also, per MP3 am besten oder sowas, ne? Einfach eine Audiodatei. Schickt mir eine Audiodatei als Sprachnachricht, damit wir das einbinden können. Damit wir in den nächsten Videos auch euer Wissen mit an diejenigen verteilen können, die das genauso wie ich. Oder denen das genauso wie ich. Besser gesagt, vielleicht weiterhilft. So. Und Gas raus. Das war's. Eideflächengeschwadet. Auf einmal noch zurück zum Hof. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ja. Ja. Schauen wir mal. Apropos schauen wir mal. Gucken wir nochmal aufs Wetter. Es bleibt, es bleibt, es bleibt hier, es ist anzuregnen. Das ist schlecht. Was haben wir jetzt? 12.16 Uhr. Wir sollten, wir sollten eigentlich, es ist halt, es ist die Frage, wie lang wird es regnen? Ist es nur eine kurze Husche? Oder wird es länger regnen? Habe ich Bock auf Risiko? Nee. Eigentlich nicht. Ich kann es mir nicht leisten. Das erwärmen wir vielleicht zusehen, dass wir das Heu relativ zügig bergen. Für die Grasballen ist dann völlig egal, ob es regnet oder nicht. Feuchtigkeit, gutes Trend. Die müssen dann sowieso in den Fermentierungsprozess in der Folie. Das passt also. Und hier muss ich jetzt auch noch weiterarbeiten. Ich habe auch keine Zeit. Ich habe eigentlich, ja, ich habe nicht viel Zeit, ey. Da drüben müssen wir halt auch noch flügen. Aber bevor wir das alles machen, ich brauche Bodenwerte, Freunde. Ich brauche Bodenwerte, also ihr merkt schon. Die nächsten Folgen gibt es eine Menge zu tun. Und natürlich, wie immer, die Zeit und das Wetter im Nacken. Wenn ich mich auch so umgucke, dort hinten ziehen auch schon irgendwo so die Wolken. Es zieht sich alles so ein bisschen zu. Glücklicherweise haben wir das Heu ja schon eine Weile liegen. Das ist der Vorteil. Die haben ja schon eine Weile liegen, die, äh, das Heu. So. Aus. Zu. Da haben wir doch ganz gut was geschafft. Das hatte ich mir so gar nicht vorgenommen. Ich dachte, okay, die Grasfläche, die machen wir jetzt runter. Aber, ja, bei der Arbeitsbreite. Wir werden sehen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen. Und vergesst das kostenlose Abonnement nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr drüber denkt. All das hilft mir gegen den YouTube-Algorithmus. Ihr kennt ihn. Freunde, bleibt mir bitte gesund und munter. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.